Es wird jetzt schwer für die Mannschaft in Rot. Oh shit. Mann, aus dem Bild. Ich kann mir das nicht mit anderen. Vielleicht brauchen wir mal frisches Blut. Die Hälfte von denen geht auf die Dreiseln zu. Schleppen sich über den Platz wirklich. Meine Oma rinnt schneller. Und da ist der Ball schon wieder weg. Irgendwann haben die ein alter Arme gereiert. Das wird nichts mehr, Leute. Also ich stelle mir den Showbeginn so vor. Andi und Breiti kommen von links und rechts jeweils diagonal über die Bühne gerannt. Bis zur Kante. Dann Kuddel und ich raus, Vollsprint über den Cutwork. 100 Meter wieder zurück. Und von da an dann 90 Minuten Vollgas und totales Dauerfeuer. Und dann gucken wir mal weiter. Ich war nicht damit rum. Und wir spielen Body on Kahn.